exoder blog echte gerichtsurteile ich bin anita farke und freue mich spannende urteile aus dem leben zu präsentieren der vermieter legte daraufhin berufung ein und der fall gelangte schließlich vor den bgh im kern der entscheidung des bgh stand die frage inwieweit ein vermieter für schimmelbildung in der wohnung verantwortlich gemacht werden kann und in welchem umfang mieter in solchen fällen eine mietminderung beanspruchen können die richter stellten klar dass die voraussetzungen für eine mietminderung vorliegen wenn der schimmelbefall die gebrauchstauglichkeit der mietsache erheblich vermindert und der mieter hierdurch in seiner gesundheit gefährdet wird zudem muss der vermieter darlegen dass er alle zumutbaren maßnahmen zur abwehr und beseitigung des schimmels ergriffen hat der bgh betonte besonders dass der grundsatz der verhältnismäßigkeit anzuwenden sei das bedeutet dass eine mietminderung in einem angemessenen verhältnis zur schwere des mangels stehen müsse diese entscheidung war besonders wichtig weil sie klar stellte dass pauschale mietminderungen ohne berücksichtigung der umstände des einzelfalls unzulässig sind eine mietminderung dürfte nur insoweit erfolgen als der mangel tatsächlich die wohnqualität und gesundheit der mieter wesentlich beeinträchtigt ein weiteres entscheidendes element des urteils war die pragmatische herangehensweise der richter an das streitschlichtungsverfahren insbesondere in älteren gebäuden sind feuchtigkeitsprobleme keine seltenheit die entscheidung des bgh schafft klarheit darüber welche rechte und pflichten sowohl mieter als auch vermieter in solchen fällen haben für mieter bedeutet das urteil eine stärkung ihrer position da sie nun besser in der lage sind ihre ansprüche auf mietminderung durchzusetzen für vermieter hingegen bedeutet es eine erhöhte verpflichtung präventiv tätig zu werden und potenzielle feuchtigkeitsprobleme proaktiv zu beseitigen in einem interview mit dr helmut krause einem renommierten fachanwalt für mietrecht unterstrich dieser die tragweite des urteils und begrüßte die entscheidung das urteil des bgh zeigt eine deutliche tendenz hin zu mehr mieterrechten es wird nun entscheidend sein wie die unteren instanzen und die praktizierenden anwälte mit dieser präzedenzentscheidung umgehen werden so dr krause er wies ferner darauf hin dass das urteil auch vermietern eine klare handlungslinie vorgebe und somit langfristig zur verbesserung der wohnverhältnisse beitragen könne das urteil des bgh im fall vzr 3923 hat dem deutschen mietrecht eine bedeutende orientierung gegeben es zeigt dass der rechtsschutz von mietern gegenüber gesundheitsschädigenden mängeln in mietwohnungen ernst genommen wird und dass sowohl mieter als auch vermieter zur mitwirkung bei der behebung solcher probleme verpflichtet sind diese ausgewogene herangehensweise fördert ein faires und gerechtes miteinander im mietverhältnis von anita farke sonntag 21 juli 24 danke fürs zuhören denk immer an eine möglichst nette bewertung um uns zu unterstützen